halbe kann wieder herziehen okay ich muss das weg waren dass das minimiert wird moment geht nicht okay ein geist irgendwie sieht nebula wieder aus wie meteor wenn es kun fu strahl einsetzt wenn alles so schwarz wird was ist hier was geht hier ab ich verletze mich selber alter blass pikachu kein schau pikachu verletzt sich schon selber weil es hat sich selber umgebracht siehst du nicht tragisch nicht tragisch ich habe mich schon wieder vertippt es kommt davon wenn man sich vertippt kevin das kommt davon wenn man sich vertippt wenn es wenigstens keine tägliche da gewähren sind andere wäre aber nein das ist täglich ich muss die attack mal wieder anpassen schläges wenn man auch verwirrt hoffentlich trifft es ja gut diese nebula achsen echte lästig also wenn ihr psychopokémon hauptsächlich im vorteil vorhin ist der geist gegangen tschüss pikachu wir sehen uns hier ist eine treppe hier sind so wie der tetris blöcke es gibt kein hinkommen wir bleiben ganz cool und setzen schildocker ein warum gehen die überhaupt ins gebäude das freie mich schon müssen noch irgendeinen grund haben warum sie ins gebäude und warum so viele da drin sind ne jetzt kannst du mir nur so erklären dass die alle gleichzeitig reingegangen sind und dann sie auf einmal von so einer horde pokémon angegriffen wurde und besessen wurden welch ein halbtraum du hast einen geschützten bereich betreten rot pokémon wurden geheilt das ist so eine heilzone komm her mein junge ich habe diesen diese stelle mit weißer magie versiegelt du kannst dich hier ausruhen danke danke gib mir deine seele ok hier bitteschön was die hat ein alpollo das weiß ich hört sich aber cool an auf dem gamer hört sich anders an aber hier hört sich auch ganz cool an naja ja 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 die donna die donna blitz die donna die donna blitz die donna die donna blitz oh aah ein pokémon oh ein alpollo schon wieder wenn ich es fangen hätte würde ich voll ash nachmachen von dem pokémon her weil der hat auch ein alpollo gehabt damit hat er gegen sabina gekämpft das weiß ich noch weil er zu vorher gegen die ich verloren hat das war so eine folge da hatte ich als kleines kind immer angst vor der folge da war so alles so lsd trip mäßig und es war nicht nur total ungewohnt wo ich noch klein war da hatte ich schiss vor der folge wo er gegen sabine das erste mal gekämpft hat du hast einen geschützten bereich getreten und deine pokémon wurden wieder gehalten ja zum beispiel zu viel minecraft gespielt was exorzisten müsste hier kämpfen wenn ihr meine maus seht dann mache ich hier meine aufnahmepause ein nebulak irgendwie einfallslos die pokémon die sie hier haben irgendwie naja einseitig blass attacke dann kommt jetzt die donnerattacke so blitz was soll es dann gibt es dann gibt es auch ist sogar noch stärker als donnerblitz aber es wohl steht so so was ein nugget ich mag das nugget nebulak pika ich werde ich habe es wenn sie konfu 10 ersetzen dann passiert nämlich nicht so was wuuhu 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 was hatten die da in der hand sieht aus wie so ein riesiger bummerang wo ich so ankerketten ich kann es nicht so genau erkennen oh man ich schreibe mir noch mal an wenn wir gegen die gewonnen haben lass mich doch in ruhe mit deinem bomben Pikachu macht auf Emo Ok, Pikachu's Emo Frist ist vorbei, Emo Phase ist vorbei So und jetzt will ich sehen was die da in der Hand hat Was ist denn das? Hä? Was hat die da in der Hand? Ist das irgend so ein Stab oder so? Ich kann es nicht erkennen, das ist bei mir so Vielleicht seht ihr das besser bei mir, das ist ein bisschen kleiner als ihr das auf dem Bildschirm seht Ach, Mann, noch ein Nebulak Pika Keine spannenden Kämpfe, was? Ah, jetzt kann Hypnose Was ist das Level 27, ich sehe erst jetzt, oh mein Gott Das stärkste Level, was ich je gesehen habe im Pokémon Turm, ernsthaft Ich brauche Blut! Hm, ich glaube du hast zu viel Halloween Vampir Filme gesehen, zu viel Twilight, was? Äh, Donnerblitz Ich halte eigentlich nichts von Twilight, muss ich sagen Ich habe das weder noch gesehen, noch weiß ich genau was das ist Ich weiß nur, dass es etwas mehr Vampir ist, mehr weiß ich nicht Ich will das auch gar nicht so genau wissen So Pikachu, schaffst du es oder schaffst du es nicht? Du schaffst es nicht Ja, stimmt, ist ja paralysiert Hör auf zu flennen Jeder geht mal drauf Aber am meisten bist es du Du kannst dich sicher fragen, warum Drei, von drei Geistern ist sie besessen Zack Weh, du bist para Gut Das ist echt paranoid Ja, eingefroren Wir haben einen Geist eingefroren, ist das nicht toll? Zack Und der dritte Nebulak Hat Nebulak eigentlich ein Geschlecht? Ja, gell? Aber wie soll man das unterscheiden? Die sehen alle gleich aus Ich meine, Gas hat doch kein Geschlecht Also Also das In real ist ja Nebulak ist Gas quasi Und Gas hat kein Geschlecht Wo bin ich? Du bist auch von Pokémon Tourmine Lavandier in Kanto In Japan Auf der Erde So Ach Ich mach mal kurz Pause wieder Hui Ich will jetzt zurück in die Heilzone Ah Paren Wer hat ein Paranoid, Schillok? Schillok ist Paranoid Ach ne, hier können wir nicht durch Weil die Schlampe da den Weg blockiert Du hast einen geschützten Berg betreten Und unsere Pokémon wurden wieder geheilt Schön Däähäääääääääääähääähääähääeä Die Katsche muss trainiert werden quellde Jetzt ist das verwirrt, aber es interessiert mich nicht. Ah, Mann. Zitat aus dem Tekken-Film. Wer noch steht, kann noch kämpfen. Also los, Pikachu. Oh, wer noch atmet, kann noch kämpfen. Okay, dann gehen wir eben nochmal drauf. Wortwörtlich. Oh, Mann. Ich sollte nicht immer gegen die wilden Pokémon kämpfen. Ist da gut, dass ich immer gegen die kämpfe? Gibt EP, ja, aber... Ich soll es nicht übertreiben, wir brauchen ja noch. Besonders bei Neblock ist es schwierig, weil die können ja Statusveränderungen hervorbringen. Go, Spass-Busters! I see a ghost. Donner Blitz! Go, Spass-Busters habe ich auch noch nicht sehen. Will dich aber gerne mal anschauen, den Film. Ist ja witzig. Was hat der an Halloween gemacht? Ich habe mir Sorgen angezogen, alle sechs Teile. Ja, ich habe alle sechs Teile gesehen und gebe damit an, ja, ja, bin ich cool, was? Ja, ich bin so cool, ich habe alle sechs Teile gesehen, ey. Ich bin doch vor, der Gangster. Ein echter Gangster. 24. Aber egal. Irgendetwas hat mich verlassen. Oh, es findet ein Sonderbomber an. Finde ich voll mies. Ich hatte hier mal volle Items, da bin ich den ganzen Pokémon-Turm hochgelatscht, hab die Sonderbomber da holen wollen und dann steht da, du kannst keine weiteren Items mehr tragen. Und ich wollte nichts abschmeißen, da bin ich wieder zurückgelatscht und hab was gelagert und bin wieder hochgelatscht, man. Da war ich vielleicht angefressen. Hier ist noch eine Treppe. Verschwindet! Eindringlinge! Oh man, was ist hier los? Ein Geist, haut auf. Das Silkskop hat deinen Geist identifiziert. Hier kann man auch mit einer Pokéflöte fliehen. Selbst wenn da ein Geist angezeigt wird. Also hätten wir das Silkskop gar nicht holen müssen. Das ist ein Knoggerl. Level 30, Schatz. Ah, Eisstrahl. Ist zwar kein Step drauf, weil Eisstrahl eine Eisattacke ist, aber deswegen habe ich Eisstrahl eingesetzt. Ach ja, und noch was. Dieses Pokémon hat eine Fähigkeit. Und zwar... Na, wo ist es jetzt? Und zwar können wir dieses Pokémon nicht fangen. Es weicht den Ball aus. Dieses Pokémon lässt sich nicht fangen. Aber wir können es immer noch besiegen. Ist ja nicht so. Der Geist war die rastlose Seele von Tragossos Mutter. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Ach, die Zirpaner mit ihren Geistern. Nebulak. Donnerblitz. Auch wieder 27. Wahrscheinlich sind sie jetzt so stark, weil wir jetzt an der Spitze des Turms sind. Ah, ne. Wir haben ja eine Aufwecke. Ist ja nicht so schlimm. Das ist auch der letzte Aufwecke, den wir in diesem Spiel einsetzen werden. Denn wir bekommen jetzt bald gleich etwas, was uns sehr, sehr weiterhilft. Donnerblitz. 35 für Pikachu. Bleib stehen. Ihr schon wieder, was? Der alte Knacker wollte sich beschweren. Da mussten wir ihm die Leviten lesen. Und jetzt mach dich vom Acker oder du bekommst eine Menge Ärger. Ach, ihr lernst es wohl nie. Ihr lernst es wohl nie. Wir haben doch gerade eben gegen euch gekämpft vor einer halben Stunde ungefähr. Oder vor 15 Minuten oder was weiß ich. Auf jeden Fall habt ihr eure Pokémon nur zwei Level trainiert und ihr wollt schon wieder gegen mich kämpfen. Und ihr kommt nicht einmal gegen meinen Pikachu an. Oh, oh, oh. Ihr habt eure Pokémon entwickelt, okay? Arbok hat sie. Nein, das wird jetzt schwieriger als vorhin. Denn jetzt haben sie ihre Pokémon entwickelt. Es hat sie in Arbok, sie hat ihre Rettung zum Arbok trainiert und ihre Smogern zum, also ihre Smogern haben sie zum Smogmog entwickelt. Obwohl sie Smogmog eigentlich erst mit Level 42 entwickelt. Hat es Level 27? Naja, okay, wer es mag. So, dann ein Blitz. Schaffst du es noch einmal, Pikachu? In der TV-Serie schaffst du es doch auch. Na komm schon. Ja, also. Bist zwar ein bisschen verletzt, aber egal. Tausend Erfahrungspunkte. Dafür wirst du büßen. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Und wir verpissen uns. In der blauen und roten sind hier statt dem Team Rocket drei andere Rocket-Trainer. Das ist normale. Nee, Bulag! Und ich mach mal Pause. Wir kommen zurück bei... Warum sage ich es ist eigentlich? Naja, egal. Wenn Pikachu es doch schafft, dann ist Pikachu cool. Und sage ich es offiziell. Im Internet. Pikachu ist schwul. Nein, es ist tot. Pikachu, du kannst nicht kämpfen. Hast Level 35 und vielleicht gegen den 25er, den du nicht wollen hüten kannst. Blamage, Blamage, Blamage. Und Schiller kommt in Rage. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die umherrieren der Seele von Tragosses Mutter zu beruhigen. Knoggers Seele kann nun endlich in Frieden in die ewigen Jagdgründe einkehren. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße des Turmes. Okay, das machen wir. Rot, du kannst deinen Pokédexen nicht verfrischten, wenn du deinem Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird bei deinem Abenteuer helfen. Wir haben die Poké-Flöte. Schlafende Pokémon machen auf, wenn sie das Spiel der Poké-Flöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Darunter auch dieses fette Relax-Hoodle, das unseren Weg blockiert. Und das machen wir auch gleich. Wir kommen in Pokémon-Zonewählen. Ja, ja, ja. Spar mir die Worte. Spar sie mir einfach, okay? Niemand will dein Gequatsche hören. Ich drücke mich schon seit 10 Jahren drüber auf. Und Safe State erst einmal. Mache ich gleich doppelt, falls ich einversehentlich überschreibe oder so. Oder aus einem anderen Grund, dass einer gelöscht wird oder was weiß ich. Ich habe mit diesem Relaxo, das da unten umher wandert, etwas vor. Ich möchte dieses Relaxo fangen. Und ins Team aufnehmen. Der Relaxo ist ein gutes Pokémon. Ein schlafendes Pokémon versperrt im Weg. Nicht mehr lange. Die Poké-Flöte tue ich gleich ein bisschen. Die Position ändere ich gleich. Zack. Rot spielt die Poké-Flöte. Der Relaxo ist aufgewacht. Der ist brummig und greift verschlafen an. Oh nein! Ich bekirke euch den Weg jetzt zum hundertsten Mal. Äh, ja. Relaxo greift mit Kopfnuss an. Deswegen Doppel-Team. Damit Pikachu einigermaßen geschützt ist. Und das setze ich jetzt sechsmal ein. Du kannst von mir aus so oft erholen und einsetzen, wie du magst, Relaxo. Jetzt kannst du von mir aus so lange pennen, wie du magst, so. Ja, genau. Mach weiter so. Mach weiter so. Alter, der ist was für ein Penner. Wer greift der gar nicht an? Naja, gut für uns. Was ist passiert? Relaxo ist eh schon eine hohe Spezialverteidigung. Jetzt greift es endlich mal ab. Er trifft nicht. Erwählen wir noch unsere Initiative. Wenn wir schon beim Aufpimpen sind. Bringt zwar nichts mehr, aber ich mach's trotzdem. Just for fun. Mal schauen, wie schwach Donnerblitz jetzt ist auf Relaxo. Zieht wahrscheinlich ein bisschen was ab, aber nicht ganz. Okay, Volltreffer. Damit konnte ich nicht rechnen. Ruckstück noch. Ja, super. Jetzt kommt... Nein. Du Penner. Donnerblitz. Hä? Jetzt reicht's aber. Donnerblitz. Ich hoffe wieder auf einem Volltreffer. Dann ruckstück. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine Erholung, was? Ja, klar. Penner. Zieht ruckstück. Kippen mehr ab. Ja, tut's. Einmal noch und dann schmeiß ich endlich mal einen Ball. Egal, wie stark das jetzt ist oder... Oder egal, wie stark das jetzt geschwächt ist oder nicht. So, der Ball. Einmal. Naja. Okay, mit Pikachu komm ich nicht weiter. Okay. 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 Und zwar... Das hier. So. Und weil ich nur nicht genug hab, Rang... Äh, Rasierplatten noch dazu. Ich hab's sagt, ständig, dass es Erholung einsetzt. Sehr schön. Wieder ein Vortreffer. Herr mit deinem Scheiß-Kfé. Casper Sky. Internet Security. Es wurde ein Bericht über die Arbeit des Programms gestellt. Interessiert mich nicht. Zack. Ich fang jetzt an den Relax. Okay, Casper Sky. Also lass mich in Ruhe. Eieiei. Wenn wir Giftpuder einsetzen, dann kannst du immer noch Erholung einsetzen. Und das Gift wird dann geheilt. Also Minkgiftpuder jetzt nichts. Soll ich's mit Rangeneer probieren? Ich probier's mal, ich mach mal ein Safe-State. Oder soll ich ein Safe-State machen? Ich mach mal... Warte, ja doch. Ich hab jetzt zwei Saves, ne? Dann mach ich halt einen dritten auf. So, und jetzt Rasier... Äh, Rangeneer. Das zieht ja gar nichts ab. Jetzt aber... Noch ein Ball. Zack. Einmal. Ah. Penner. Relaxo ist ein Penner. Der Nachteil ist, Relaxo kann Erholung unendlich mal einsetzen. Weil in der Generation ist es so, dass die gegnerischen Pokémon unendlich AP haben. Das heißt, ihr könnt jetzt unendlich mal Erholung einsetzen, ohne Verzweifler einsetzen zu müssen. Das ist ein Mist. Naja. Wir hingegen müssen mit AP ein bisschen sparen. Der Gegner kann... Dafür mal... Ja. Sag mal so. Der Gegner macht dafür zufällige Attacken immer. Und er kann keine Themen verwenden. Das ist auch wieder ein Nachteil im Gegner. Immer wenn ich in Schwäck, kommt Erholung. Das ist doch planlos. Rasierblatt. Ich habe keine Worte für das, was Relaxo hier abgibt. Jetzt bleibt doch mal ein Ball. In deinem Ball kannst du auch noch pennen. Faule Sau. Dieser Flosch scheint es auch nicht so funktionieren. Aber ich habe kein anderes. Das ist unsere stärkste Attacke. Wobei, Sherlock mit Eistrahl könnte noch funktionieren. Ich probiere es jetzt noch einmal mit Bitter Floor und dann wechsle ich zu Sherlock. Und probiere es mit Eistrahl. Sieben Bälle haben wir jetzt noch. Jetzt sind es noch sechs. Ich schmeiße eben noch einmal. So, jetzt haben wir noch fünf. Endlich greifst du mal, äh, endlich. Pennt es mal nicht so anziehen. Okay, jetzt probiere es einfach normal. Oh, jetzt kommt der Angriff. Naja, die Schmarotze attacke schwächt, Relaxo zuzuhörer. Aber es ist immer noch unfangbar. Und jetzt kommt Schillock. Jetzt reicht es mir. So, Schillock. Walte deines Amtes. Ich will jetzt die AP sparen, damit wir Relaxo einfrieren können. Deswegen greife ich jetzt nicht mit Eistrahl ein an, sondern mit Biss. Jetzt kommt noch Eistrahl. Ich hoffe, ja, Schillock ist hundertprozentig schneller. Relaxo hat eine erbärmliche Initiative. Scheiße. Auf die Kopfen ist noch Step drauf, deswegen zieht es jetzt zu viel ab. Und ein Eisstrahl ist früher ein. Ich will Relaxo am Stiel. Relaxo am Stiel, sagte ich. Ich will den Eisberg haben, der in die Titanic zum Untergang brachte. Oh, Mann. Das könnte der Smosh in seinem Pokémon in Real Life 4 reintun, wo er das Relaxo besiegen muss. Ich will wieder Fettsack am Stiel. Das ist doch langweilig. Gleich haben wir keine Bälle mehr. Ich schmeiße es einfach noch ein. Immer zwei. Und dann bricht es aus. Ich versuche es mal mit Gift. Glaube ich zwar nicht, dass es funktioniert, aber ein Versuch ist es doch wert. Das Relaxo pennt ja eh bloß. Giftpuder. Man nennt diese Fleugen die Schlafpuder. Irgendwas, ein 40er Level. Na, wie fühlt sich das Gift an, Relaxo? Mit dem Status-Effekt komme ich besser voran, als zu folgen. Reimt sich sogar. Ja, und jetzt wird das Gift geheilt. Ganz wie ich es gesagt habe. Ein Ball haben noch. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Der muss klappen. Jetzt, der muss klappen. dachte ich mir gut, dann kauf ich mir mehr Superbälle und mach erst meine Aufnahepause